Unweit der Landeshauptstadt Linz, Kulturhauptstadt Europas 2009, liegt mitten in der verträumten ländlichen Natur des Mühlviertels das Seminar Hotel Alpenblick in Kirchschlag. Die ausgezeichnete Luft und das reine Wasser dieser Gegend wird seit hunderten von Jahren als Ort der Entspannung genutzt, übrigens auch schon vom Schriftsteller Adalbert Stifter. Ein Grund, warum Kirchschlag als Seminarort äußerst beliebt ist. Seit vielen Jahren wird der Gasthof Alpenblick von Kurt Ramml als Seminarhotel geführt. Seit 1. Juli 1993 führe ich den Gasthof Alpenblick als Seminarhotel. Mittlerweile haben wir 26 Zimmer, sprich 45 Decken in der Vollbelegung. Wir bieten an vier Seminarräume von 50 bis 100 Quadratmetern. Heute wird der Betrieb als Kombination aus Seminarhotel und modernem Gasthof geführt, in dem großer Wert auf erstklassige Kulinarik gelegt wird. Wir legen sehr viel Wert auf eine regionale, zeitgemäße Küche, wo wir sehr viel mit frischen Produkten arbeiten und uns die Jahreszeit der Aktivitäten vorgibt, über Spargelwochen, Steckwochen, Mühlsaison, Fischwochen. Erweinens wird das auch noch unser all-inclusive Silvester-Abendetuch. Entfliehen auch Sie der Hektik des Alltags für einen Besuch hoch über den Dächern von Lenz. Das Team vom Alpenblick Kirchschlag freut sich auf Ihren Besuch. Wir freuen uns auf Eichern Besuch. Das Team vom Alpenblick Kirchschlag freut sich auf Ihren Besuch.